Heute ist Sophie erkältet. Nicht sehr, nur eben so viel, dass sie nicht in den Kindergarten kann. Nach dem Frühstück geht Paul zur Schule, Papa geht ins Büro und Mama ins Geschäft. Frau Schmidt ist herübergekommen, um auf Sophie aufzupassen. Was machen wir zwei nun zusammen? fragt sie, als alle weg sind. Sophie überlegt einen Augenblick, dann saust sie ins Wohnzimmer und holt den Engel. Sie ist so schnell gerannt, dass sie heftig husten muss. Schau mal, der hat keine Flügel, sagt sie, als sie wieder Luft kriegt. Und das Kleid ist schmutzig. Kannst du ihm nicht ein neues Kleid und Flügel machen? Frau Schmidt wiegt den Kopf ein wenig hin und her. Doch, doch, sie kann das. Aber dazu braucht sie einen weißen Stoff für das Kleid und festen Karton für die Flügel. Und ein wenig Goldpapier. Und Nadel und Faden. Und eine Schere. Und noch dies und das, von dem sie nicht weiß, ob es hier im Haus zu finden ist. Weißt du was? Sagt sie deshalb zu Sophie. Du ziehst dich jetzt warm an und wir gehen zu mir hinüber. So kommt es, dass Sophie den ganzen Morgen drüben bei Frau Schmidt in ihrem Wohnzimmer sitzen darf, in dem es so wunderbar nach Weihnachten riecht und überall Engel mit Flügeln aufgestellt sind. Die Lehrerin von Paul hat gesagt, Engel brauchen keine Flügel, beschwert sich Sophie. Frau Schmidt nickt und sagt, Das ist wahr, die meisten Engel haben keine Flügel. Sie macht eine Pause und fügt dann mit entschiedener Stimme hinzu, Aber Weihnachtsengel haben welche, unbedingt. Noch bevor der Vormittag herum ist, hat auch Sophies Engel Flügel. Goldenglänzende Flügel und ein strahlend weißes Kleid mit einer goldenen Borte unten am Saum und rund um den Hals. Er sieht fast so schön aus wie der Engel auf dem Schränkchen von Frau Schmidt. Sophie hat tüchtig dabei geholfen. Vor lauter Eifer hat sie schon seit einer ganzen Weile vergessen zu husten. Jetzt bringen wir ihn zu euch hinüber, sagt Frau Schmidt. Ja. Sophie strahlt. Und ich zeige dir das Feld von Bethlehem. Da staunst du aber. Und tatsächlich, Frau Schmidt kann gar nicht aufhören zu staunen. So gut gefällt ihr das Feld von Bethlehem. Und über Sophie staunt sie auch, denn die kann alle Figuren auswendig. Sie macht die Augen zu und zählt sie auf. Die Menschen und die Tiere. Von Maria und Josef bis zur Ziege Mäcki. Und wo soll ich den Engel hinstellen? fragt sie, als sie damit fertig ist. Tja, eigentlich müsste er in der Luft schweben, überlegt Frau Schmidt. Er kommt ja vom Himmel. Aber dass das nicht geht, das sieht auch Sophie ein. Sie stellt ihn auf die Steinmauer, die Paul auf das Feld gebaut hat. Da ist er immerhin ein bisschen höher als die anderen. Und hier ist er auch die Kesachen. Vielen Dank.